Trinkspiel Runde 1 Runde wählen Runde 1 kosten 10 Dollar ihr Geld Wieso kann ich... Ja ok Runde 1 Oh oh, was ist denn das? Oh Gott, oh Gott, ok Ah, jetzt habe ich es verstanden Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh, jetzt hat es dich erwischt, du solltest dein Gesicht sehen Machen wir ein kleines Trinkspielchen mit dem lieben Herr Ja, das ist heimtückisch Oh, da ist doch schon ein bisschen besoffen Oh Gott, was? Ich weiß, die Oh, was? Oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott Oh, Mama Oh Gott, es wird ja noch schwerer Mit V.A.S.D. ist ja noch schwerer Okay, mit der Maus, oder? Gut Oh, ich bin jetzt schon Angetrunken Ich sollte, glaube ich, nicht Auto fahren Ja, Prost, ja Was? Fadenkreuz am Ziel Oh, 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 oh Oh, alter Okay Ei, Trinkspielrunde Jawohl, der schläft Oh, Alter. Oh, Gott. Oh, Scheiße. Später wieder, komm, jetzt schleift der. Ah ja, alles klar. Boah, war ich noch ein bisschen angetrunken. Also das Minispiel war auf jeden Fall lustig. So, hier gibt's ein Geschäft. Ich hab's überall sehenswürdig, kein Sehenswürdig, kein Sehenswürdig. Ich brauch doch kein Schwein. Ich brauch einen Waffenladen. Ah, ist der nur da drüben? Wo warnt der? Es wird mir, glaub ich, auch nicht immer alles angezeigt. Sehenswürdigkeiten, nö, brauch ich nicht. Ich geh jetzt einfach mal zur Kampagne weiter. Ich wär echt mal lieben gern betrunken. Gefahren, das wär bestimmt lustig gewesen. Das wär mega geil gewesen. Leute, was liegt da? Oh, Auto. Da ist noch ein Auto. Oh. Ja. Also wenn's so mal in Chicago abgeht, na, viel Spaß. Oh, ich seh'n Waffenladen. Ich seh' einen Waffenladen. Der ist doch hier genau. Irgendwo. Hier. Wo ist er denn? Da drüben. Da muss ich sogar rein. Okay, okay, okay. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, oh, oh. Wir verstecken die... Ah, okay. Puh. So, hier. Einkaufen. Das ist sogar mein Ziel. Ja, was muss ich denn machen? Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie ruhig. Was gibt's noch? Oh, Vollautomachst. 40.000! Ja, okay, passt. Einzelschussgranatwerfer. Ja, was soll ich denn überhaupt kaufen? Hm, Pistolen. Nee, boah, nicht Scharfschützengewehre. Hm. Schrotflinten. Geht nicht. Sturmgewehre. Das wird gehen. Hat er irgendwas gesagt, was ich kaufen muss? Kaufen Sie sich das Sturmgewehr? Kaufen Sie sich das Sturmgewehr? 416. Äh, okay, 416. Wie geht's Ihnen? Ich kann mir aber trotzdem noch eine andere Waffe kaufen. Zum Beispiel so ein Scharfschützengewehr. Können Sie sich das auswählen? So? Ähm, kaufen. Okay. Nein, nein, äh, Scharfschützengewehr. Ah, Scharfschützenmunition ist voll. Okay, okay, okay. Und jetzt brauche ich noch das da kaufen. Ja. Okay, das ist auch voll. In den vergangenen Wochen wurden die Sicherheitsrufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Stehlen. der Hacker-Aktivistengruppe DeadSec erhöht. Okay. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blum-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Die ist gut. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit. Ist es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Blum-Sprecherin Charlotte Gardner. Über die Sicherheit ist... Okay, haben wir den jetzt mal bedroht. Jetzt muss ich mal hier ganz kurz anhalten und gucken, was wir jetzt als nächstes machen können. Da war halt das geschäft. Cashrun. Okay, gibt es hier irgendwo ein Bankautomat? Nein. Was ist, wenn ich jetzt wieder hier rüber fahre? Nicht verbunden. Hier ist auch nicht verbunden. Was ist denn das? Ah, okay. Oh Gott, das ist ja auch noch was. Ach du Scheiße. City Games, Wetten. Ja, gehen wir mal da hin. Würde ich jetzt sagen. Das war alles auf grünen Stellen. Wo muss ich denn hin? Oh, da nicht hin. Oh, 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 oh. Ups. Tut mir leid. Das Auto hat sich ja mega geil an. Jawohl. Nicht mal gestriffen, würde ich sagen. So, fangen wir hier ein. Ich habe die nicht getötet. Nein. Okay. Tut mir leid. Tut mir leid. Hütchen spielen. So, Stufe 1 bestätigen. Guck mal, die Kugel ist hier, oder nicht? Ja. Ja, weiß ich. Wo ist die Kugel, Mann? Links. Gut wählen. Das da. Oh, gute Augen. Jawohl. Ich hoffe, ihr wusstet es auch. Gut. Geht es jetzt weiter? Erneut spielen. Noch eine? Komm schon mal, spielst du noch eine Runde? Geht auch Runde 2. Ah, Runde 2. Okay. Ball? Gut. Na dann, viel Glück. Jetzt wird es bestimmt schneller. Okay, links. Mitte. Äh, rechts. War ich zu schnell? Nee, rechts. Hier. Der hier? Nein, der war es nicht. Lol. Okay. Das muss ich mir nochmal angucken, nachher im Video. Erneut spielen. Okay, nochmal. Jetzt muss ich bei Stufe... Jetzt muss ich auf Stufe 1 wieder. So, Mitte. Links. Mitte. Rechts. Mitte. Rechts. Links. Rechts. Wo ist die Kugel, Mann? Okay. Rechts. Da. Ja. Jawohl. Verdammt, gute Augen. Okay, jetzt... Jetzt erneut spielen, jetzt schaffe ich auch Stufe 2, bitte. Du schaffst jetzt nochmal, oder? Stufe... Ah, okay. Dein Einsatz. So, er tut's in die Mitte. So. Scheiße, jetzt weiß ich nicht, wo es ist. Fuck. Ich sag hier. Ach, komm schon, Mann. Den hättest du nicht finden dürfen. Jawohl. Der hat nämlich beschimmelt, der hat die nämlich rübergeschuckt. Das habe ich genau gesehen. Komm schon, Mann. Noch mal? Ja, okay, noch mal. So, jetzt... Ja, okay, 200 Euro, das geht. Hey, die Kugel geht auf Reisen. Lass sie bloß nicht entwischen. Okay. Jetzt gehen wir. Oh, shit. Okay, jetzt ist sie... Jetzt ist sie in der Mitte. Sie ist wieder in der Mitte. Hier. Ja. Genau in der Mitte. Jawohl. Dann bleibt, Mann, ich muss doch auch von was leben. Okay, da kann man echt gut Geld machen. Noch eine? Komm schon mal, spielst du noch eine Runde? Nee, jetzt reicht's mir. Jawohl. Sehr nice, muss ich echt sagen. Geiles Spiel. Jetzt muss ich mal... Gibt's hier ein Bankautomat? No. Warte, ich muss der nicht mein CTOS anmachen. So. Ach, die ist ja nicht verfügbar. Ach ja. Ach ja. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich... Bitte auf die andere Insel fahr. Ja, oder? Warte, du die Kampagne weitermach? Weil hier bin ich mit dem CTOS verbunden und hier nicht und ich sehe noch keinen Turm. Also, mach ich mal mit der Kampagne weiter. Okay. Ups. So, den CTOS kannst du ausmachen. Ah, ich glaub... Ja, okay, 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 verständlich. Ich glaub, dass wir jetzt auch gar... dass wir... Oder dass mir jetzt auch gar keine Bankautomat angezeigt werden. Ähm... Da ich ja überhaupt in den CTOS verbunden bin. Und dafür bräuchte ich das, ja. Backstage Pass. Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ups. Oh oh. Okay, kann ich hier hoch? Ja. Seh ich genauso. Okay, ich muss jetzt da irgendwie reinkommen. Guck erst mal hier. Okay, hier kann ich drüber. Okay, 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 okay. Alles cool. Ich kann nicht nur um die Ecke gucken. Ist hier irgendwo eine Kamera? Nein, nein, nein. Nirgends Kamera. Okay, hacken. So. Dreißfahrzeug verfügbar. Finde ich cool. Dahin ist einer. Wer ist das? Deckung. Das sind ganz viele. Eindringen. Kamera. Leute, da ist eine Kamera einfach in der Luft. Und was hängt denn die bitte? Warte, warte. Ach, da ist ein, da ist ein. Ah, okay. Okay. Hier. Ablenken. Okay, springen. Da gibt's einen Lift. Da hinten muss ich... Da hinten, das muss ich erreichen. Okay. Das springe ich auch mal. So, die zwei da oben noch bitte markieren. Da ist ein Kran. Ja, oh. Dummdi-dum-di-dum. Jawohl. Erstmal alle... Erstmal alle Polizisten verwirren. Warte, springen. Warte. Okay. Gabelstabler. Geht nicht. Okay, da ist noch eine Kamera. Ich muss erst mal gucken, wie ich hier überhaupt reinkomme. Da wäre jetzt auch noch eine. Oh, da ist noch einer. Kann Verstärkung rufen. Hacken. Oh, wo bin ich denn überhaupt dumm gefragt? Bin ich da hinten? Ich bin, glaube ich, hier irgendwo, glaube ich. Ja, da bin ich. Oh. Ups. Wollte ich gar nicht. Kamera. Ups. Habe ich einen aus dem Handy gehört? Oh, macht es Spaß. Da ist eine Kamera. Okay, okay. Ich muss jetzt irgendwie von der Seite hier reinkommen. Komme ich da irgendwie rein? Ja, komme ich. Okay. Nein, äh, wie komme ich denn raus? So. So. Jetzt mal hier drüber. Oh, oh. Eindringen. Jetzt ist der Dinger hier offen. Oh. Hier ist alles lauter. Hier ist alles lauter. Hier ist nichts. Komm, wir fahren das weiter. Oh. Du hast uns entfischt. Nicht müde werden, Leute. Ja. Ja. Ja, bin ich... Oh, ich. Was? Was? Nein, 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 nein. Was fällt denn die ein? Der guckt... Oh, der guckt zu mir. Ablenken. Gabelstapler. Ablenken. Bleibt in Bewegung. Okay, 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 okay. Wieder runter. Was ist denn hier los? Okay. Jetzt muss ich da wahrscheinlich hoch. Geh ich mal hoch. So in etwa. Oh, Deckung. Die arzübliche Fehlfunktion. Jetzt würde ich mal gern hier drüber. Okay. Oh, Deckung. Oh shit. Elektrisches. Irgendwas Alarm auslösen. Was ist denn hier los? Oh, oh. Das sind ganz viele Leute. Ich würde die einfach mal in meine Waffe auspacken. So. Und zwar... Nein, nicht die, sondern die da. Ich hoffe, ich habe jetzt alle markiert. Und da hinten war noch eine Kamera. Hier. Ich soll erst mal wieder Alarm auslösen. Was war das hier? Da bin ich. Da ist noch eine Kamera. Da ist auch eine. Würde ich einfach mal sagen, wenn der da zurückkommt. Scheiße. Der kommt aber nicht zurück. Komm mal irgendwann mal hier beim Sprengkopf vorbei, bitte. Ja, 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 ja. Jawohl. Anlocken. Puh, das war geil. Ruf Verstärkung dahin durch die Kamera. Ich muss mich doch irgendwo einhacken. Oh, die sind alle bei mir. Nichts gefunden, ich sehe mal da drüben nach. Nichts gefunden, ich sehe mal da drüben nach. Ich habe doch hier. Ich gehe weiter. Ich will eine Splittergranate. Köter. Ich will eine Splittergranate. Nein. 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 Ja. Herstellen. Eine Splittergranate möchte ich jetzt gern verwenden. Fick dich doch. Hier jetzt. Wie kann ich die verwenden? Das ist noch nicht vorbei. Warte. Ich blickte. Ne, eins drücken. Hä, wat? Wie werfe ich die jetzt? Sag mir das mal. Oh. Warte, da. Hacken. Und jetzt? Wie kann ich denn jetzt eine Splittergranate werfen? Sag mir das mal einer. Nein. So nicht. Ich drücke eins. Ah. Wie kriege ich die Waffe wechseln? Haltet weiter aus. Schauen. Vielen Dank.